Hallo, es ist mal wieder Freitag und wir möchten Sie heute aus der Villa Dornbusch begrüßen im schönen Ostsee Bad Binz. Wir befinden uns in einer 48 Quadratmeter großen Wohnung, wo Sie genügend Platz für vier Personen haben. Dies hier ist das Wohnzimmer und dieses Sofa kann man als Aufbettung benutzen für ein befreundetes Ehepaar, die Kinder, wie sie möchten. Hier ist die Wohnküche, wo man zusammen etwas kochen kann. Hier dann zusammen abends, mittags, morgens, wie man möchte, speisen kann und natürlich abends auch ein Gläschen Sekt trinken. Nochmal ein kleiner Rückgang für Sie. Wie Sie sehen, ist alles da. Und nun gehen wir auch schon in das Schlafzimmer mit dem großen Doppelbett. Sie sehen, es ist auch eine sehr helle Wohnung und wenn Sie dann aufstehen morgens, haben Sie direkt einen schönen Ausblick auf den anliegenden Park, der sich für schöne, ausgiebige Spaziergänge eignet. Allerdings ist die Ostsee auch nur fünf Gehminuten entfernt von der Villa Dornbusch. Angrenzend an das Schlafzimmer ist dann auch direkt das Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und natürlich auch dem WC. Und wie Sie sehen, auch hier genügend Platz. Das war's dann auch schon für heute. Ich möchte mich verabschieden, begleite Sie noch nach draußen und sagen bis nächste Woche. Tschüss!